Heute soll es mal darum gehen, wie wir mithilfe von Effekten zum Beispiel dieses Tenser-Video deutlich attraktiver gestalten können. Also ich würde sagen, wir gehen direkt einmal unten in die Effekte rein und hier haben wir dann direkt die Möglichkeit, viele verschiedene Effekte auszuwählen. Unter anderem gibt es hier links auf der Seite die Video-Effekte und wenn ich dort einmal reinklicke, dann sehe ich auch schon hier eine Vorschau dieser Effekte und diese Vorschau kann ich auch noch angewandt auf mein Video anzeigen lassen, indem ich hier einen gewissen Effekt auswähle und wie man sieht, habe ich jetzt hier auch schon diese Effekt-Vorschau hier in meinem Video. So und da finde ich jetzt auch wieder hier viele verschiedene Kategorien, also hier zum Beispiel zum Thema Nachtclub könnte man eventuell irgendetwas auswählen oder auch hier zum Thema Retro, wenn man vorhat, mehr in so eine Retro-Richtung zu gehen, wäre das natürlich auch sehr, sehr gut. Was ich euch wirklich nicht empfehlen kann, ist folgendes, dass ihr hier viel zu viele unterschiedliche Effekte auswählt. Also ich würde jetzt nicht hier einen Effekt zum Thema Liebe auswählen, dann würde ich plötzlich einen Effekt zum Thema Natur auswählen und dann vielleicht noch einen Effekt zum Thema Feiern. Das würde ich definitiv nicht so machen, denn das Video soll natürlich auch noch gut harmonisieren mit den Effekten. Deswegen würde ich halt schon schauen, dass ich eine Kategorie auswähle und in dieser Kategorie kann ich da natürlich auch noch immer unterschiedliche Effekte nehmen. Und das Video dann hiermit zu bearbeiten. Aber da würde ich auch nicht allzu viele unterschiedliche Effekte nehmen. Das kommt aber auch immer ganz auf euer Video an. Trotzdessen bei den meisten Videos würde ich hier nicht unbedingt zu viel machen. Wenn ich dann auf den Effekt noch draufklicke, habe ich die Möglichkeit, diesen Effekt auch noch anzupassen. Hier mit Verschwimmen, Geschwindigkeit, die Stärke dieses Effekts oder hier unten auch der Filter. Den kann ich hier auch noch ein bisschen rausnehmen, wenn ich möchte. Und die Atmosphäre, die kann ich auch hier noch bearbeiten. Aber ich kann auch gleich dazu sagen, dass diese Effekte normalerweise eigentlich auch schon so ganz gut angepasst sind. Und deswegen müsst ihr da eigentlich nicht unbedingt reingehen. Falls du dir nicht nur TikTok-Reichweite aufbauen möchtest, sondern auch gleichzeitig davon profitieren willst, dann würde ich dir hier Soshi TikTok empfehlen. Hier lernst du nicht nur, wie du deinen TikTok-Kanal schneller zum Wachsen bringst, sondern auch, wie du mit deinem TikTok-Account online Geld verdienen kannst. Und das gerade einmal für einen Einstiegspreis von 69 Euro. Den Link zu dieser Seite werde ich dir als ersten Link unten in der Videobeschreibung verlinken. In meiner Timeline habe ich dann die Möglichkeit, zum einen hier diesen Effekt von der Position her zu verändern. Oder ich kann auch sagen, wenn ich den Effekt kürzer haben möchte, dass ich diesen hier in meiner Timeline auch noch etwas kürze. Löschen wir diesen Effekt noch einmal weg und schauen uns den nächsten an. Das ist nämlich hier der Punkt Körpereffekte. Das hier sind spezielle Effekte für den Körper, wie man sehen kann. Und damit kann man hier auch ganz coole Sachen anstellen. So, was haben wir jetzt hier sonst noch? Wenn wir bei dem Reiter Effekte reingehen, haben wir auch noch sogenannte Fotoeffekte. Und diese sind wirklich nur speziell für Fotos. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Foto habe, habe ich jetzt hier die Möglichkeit reinzugehen bei Fotoeffekte. Kann mich dann hier einmal durchklicken, um zu schauen, wie denn hier dieser Fotoeffekt angewandt auf mein Foto aussehen würde. Da haben wir auch unter anderem hier zum Beispiel KI-Malerei. Das heißt, ich kann dann ein Foto zum Beispiel im Anime-Style darstellen lassen. Das ist aber wirklich künstliche Intelligenz. Das bedeutet, es kann gut sein, dass das Foto doch nicht so gut aussieht, wie es hier in diesen Vorschaubildern aussieht. Das solltet ihr auf jeden Fall hier wissen. Ihr könnt hier auch zum Beispiel die Ausdrücke eines gewissen Fotos verändern. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel eine Person traurig darstellen lassen oder auch zum Beispiel ein lächerndes Gesicht darstellen lassen. Auch eine ganz coole Sache, um hier nochmal die Fotos mit solchen Effekten hier zu bearbeiten. Genau, sonst habe ich hier auch noch die sogenannten KI-Effekte und damit habe ich die Möglichkeit hier auch noch mit künstlicher Intelligenz hier gewisse Effekte zu erzielen. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema, denn wie ihr hier seht, habe ich nur sechs freie Anwendungen und sobald ich hier diese sechs freien Anwendungen verbraucht habe, muss ich auch dafür etwas bezahlen, wenn ich hier solche KI-Effekte auf meine Fotos anwenden möchte. Nun würde ich mich noch riesig über einen Daumen nach oben freuen, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Und hier auf der Seite findest du jetzt auch noch eine CapCut Mobilgerät-Playliste mit vielen weiteren tollen Tutorials.